Und deshalb ist die Botschaft dieses 9. Mai nicht das, was heute aus Moskau tönt, sondern unsere Botschaft und die lautet, die Vergangenheit wird nicht über die Zukunft triumpfieren. Wir sehen, wie in ein paar Ländern bezüglich und schrecklich die Memorien der советischen Kriege verbreiten. Sie erinnern die Erinnerungen zu einem großen Krieg, sie erinnern einen настоящigen Kult von Nazisten und ihren Besuchern. Und die Erinnerungen von wahrlichem Geräuschen versuchen, sie zu entfernen und zu entfernen. Schließlich will niemand von uns zurück in die Zeit, als in Europa das Recht des Stärkeren galt. Als kleinere Länder sich Größeren zu fügen hatten, als Freiheit ein Privileg weniger war und nicht ein Grundrecht aller. 2200 Kilometer nördöstlich von hier in Moskau, lässt Putin heute seine Soldaten, Panzer und Raketen aufmarschieren. Lassen wir uns nicht einschüchtern von solchen Machtgehabe.